Das Klatschen von Kaspar Laug, der rechts neben uns sitzt. Und Diman Asokov mit dem Chipball in die Spitze auf Jan Urbich. Der nimmt den Ball sehr gut runter. Urbich wird ein bisschen nach außen gedrängt, dem 16er. Er muss jetzt die Flanke finden. Zurück auf Keanu Staude mit dem Volley. Staude-Tor! Tor für den UFC und Keanu Staude macht das 1-0 per Volley von der 16er-Grenze. Er ist zurück und zwar mit einem schönen, schönen Volley-Tor zum 1-0.